So, Leute, und damit willkommen zu mehr Fae Farm, der Ferry Farm, wo wir Ferrys farben, yes, nicht zu verwechseln mit Ferry Farm, das ist was anderes, ähm, oh Gott, okay, warte, hier können wir jetzt das eine Zeug machen, wo wir so 30 Dinge an einem Tag irgendwie looten sollten, oder so, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall waren es eine Menge, äh, sagt mal alle hi YouTube, damit die sich nicht so allein fühlen, und by the way, 50 Stunden Stream, am 6.10., let's go, eigentlich wollte ich den schon vor Ewigkeiten gemacht haben, aber, ich komme jetzt erst dazu, daher, ups, wahrscheinlich kommt, äh, die Episode auch schon erst so 13 Wochen, nachdem der Stream war, raus, weil ich einfach ungefähr 47 Fae Farm Parts habe, oder so, aber, nichtsdestotrotz, bin Hype, freue mich drauf, Ansonsten gibt's immer noch den 100 Stunden Stream am 26.12., um, oh wow, ah ne, die wachsen gar nicht, okay, den am 26.12. um 16 Uhr auch, weiß ich gerade nicht mehr, ich glaube, So, 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 und, so, okay, jetzt geht's ans Looten, und ich hoffe, das funktioniert alles. Ich weiß nicht mal mehr, für wen wir das machen mussten, ich weiß nur, dass wir, glaube ich, irgendwie 30 Pflanzen auf einmal brauchten, oder so, ich weiß es nicht mehr. Mifa, danke für den Sub, ey, Fae Farm ist halt echt legit richtig gut, ich mag das so gerne, so, dann streicheln wir kurz mal alle, hier ist alles cool, bist du gestreichelt, du bist gestreichelt, du bist auch gestreichelt. Ah, guck mal, hier, ihn haben wir noch vergessen. So. So. Ich wünschte, man könnte sie irgendwie hochheben, oder so, weil der Dude gerade echt richtig dumm da steht. Ich will auch nur das Ding aufheben, komm schon. So, okay, perfekt. Siehst du, Aufgabe bereit zur Abgabe, perfekt. Oh, und da ist ein Apfel dran. Wie cool, nee, das ist ein Pfirsich. Wie cool. Außerdem sind hier zwei Schmetterlinge. Wie cool. So. Ach, das, ach, das muss ich dir auch mal mitnehmen. Wie. Gott, wie cool. Dass der dicke Junge nochmal fliegen lernt, ne? Er hat auch keiner gedacht. Huch, nein, das brauchen wir noch. Ich kann nicht alle da hinpacken. Huch, nein, das brauchen wir noch mal mitnehmen. Ups. Naja, passt schon. Ähm. Wo muss ich denn jetzt die Aufgabe nochmal abgeben? Ach, wahrscheinlich, oder? Ne, keine Ahnung. Doch, bei Holly, okay. Ist nur die Frage, wer war Holly nochmal? Ah, hier. Ah, hier. Perfekt. Tada. Okay, Feldfrüchte sind großartige Zutaten. Aha, aha. Verdiene 40 Flore mit Verkauf von Gemüse an einem Tag. Ich glaube, auch das kriege ich hin. Aha. So, jetzt muss ich aber... 4 mal 9 sind... 36. 36. 36. So. Ey, diese Hühnchen, dass die mir ständig halt im Weg rumrennen, ne? Okay, so. Hallo, Chimpanzo, danke für den verschenkten Sub. Oh, stimmt. Ich hab die ja verbessert, ne? Warte mal. Oh, okay, ich muss da in der Mitte für stehen. Das wusste ich nicht, aber das ist unglaublich cool. Voll vergessen, dass ich das gemacht habe. Vielen Dank für die Erinnerung. Aber dann hab ich doch auch ne Dings Axt. Die muss ich jetzt auch mal ausprobieren. crazy. Ah, wie cool! Okay, das kennt man ja schon. Und schon haben wir keine Magie mehr, aber das ist okay. Ja, aber ist schon, ist schon, ist schon okay. Also, ich glaube nicht, dass ich viel Magie heute brauche. Die Frage ist eher, äh, wir brauchen Stationen für Trankzutaten, Glashaus für Feentierchen und Braukessel für Tränke. Ähm, okay. Wir brauchen auf jeden Fall Holz aus dem Feenland, ne? Davon musste ich, glaube ich, einmal zurücklaufen, so komplett zu diesem Teleporter-Dingsbums, ne? Es ist schon so lange her. Mindestens ne Woche, glaube ich. Es ist schon ne Woche her, dass ich das gespielt habe. Kommt mir eigentlich nicht so lange vor. Oh mein Gott! Spuren, Holz, Bauholz. Okay, was willst du für ne Aufgabe von mir? Vom Rohstoffabbau unter die Arme greifen. Kupfererz. Das kriegen wir hin. Oh, wow. Ja, 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 ja. Das Passt nicht. Ja, ja. 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 Ja, ja. Jetzt natürlich die Frage auch, wie viele Holzsachen brauche ich dafür? Ich nehme einfach mal mit, was geht. Oh mein Gott, da ist eine Bienenkönigin. Ich habe gerade nicht hingeguckt und plötzlich taucht sie einfach auf. Pass auf. Yes, direkt gefangen, voll gut. Und ihn jetzt auch. Ich drehe durch. Das ist selbst auf Metall noch nicht gut genug. Ah, ich drücke immer auf die falschen Knöpfe. Nee, warte, ich muss hier drauf drücken. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Wir essen einfach mal alles auf. So, okay, weiter geht's. Der Grind endet nie. Oh, ich muss mir die erst holen. Ich dachte, die könnte ich schmieden, aber das macht Sinn. Dann machen wir das gleich mal. Ich bin leider zu erschöpft. Ich kann nichts weiter mitnehmen. Also, Geld habe ich ja. Das ist ja nicht das Problem. Und die Stufe könnte ich möglicherweise auch haben. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl... Nee, hier bin ich richtig. Alles ist gut. So, kann ich das hier umbauen? Ganze 3 kriege ich dafür. Ach du Kacke. Das dauert ja ewig. Oh mein Gott. Okay. Ja, gut. Müssen wir durch, ne? Habe ich hier noch irgendwie was Cooles? Scheinbar nicht so. Neee. Ah, komm schon. So. Irgendwo hier war doch der Imker, oder? Da oben. Mir ist aufgefallen, dass die Wege wieder frei sind. Hier, Jobaufgaben. Ist es das, was ich suche? Habe ich jetzt die andere Jobaufgabe abgebrochen? Ah, okay. Hier, guck mal. Ah, es gibt immer nur eine. Das ist ja blöd. Äh, war das bei dir? Ja? Genau, dann kann ich mir mal meine Tasche erweitern. Was, glaube ich, eigentlich ganz sinnvoll ist. Kann ich das direkt nochmal machen? Ja, wenn sie 8000 haben? Geil. Ah ja. Ah, was? Hä? Es ist schon okay. Ist schon okay. Was geht hier ab? Nicht so viel, wie ich gehofft habe. Ich werde hier irgendwas machen. Okay, das ist alles nur so für... Fürs Haus. Und das ist auch noch so das Dach fürs Haus. Okay. 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 Dann füddern wir noch kurz die Tierchen. Sicher ist sicher. Ganz vergessen, dass wir noch die ganzen Sachen hier noch mitnehmen müssen. So. 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 Ach nee, das muss ich drin machen. Warte, das ist nicht mein Haus. Auch wenn es so aussieht. Kann ich mit den Eiern irgendwas machen? Uh. Cool. Das geht auf jeden Fall klar. Ach, hier war das. Genau. Ich habe 30 Eier, Alter. Oh mein Gott. Ich nehme mal 10 davon. Ich nehme mal 5 hiervon. Und den Rest packe ich, glaube ich, einfach mal ins Lager. Wer weiß, ob man es nochmal braucht. So. Boah, ich kann die Bienenkönigin da gar nicht reinpacken. Dann kommt sie auch ins Lager. Was soll's? Wird schon was werden. Ähm. So. Dann haben wir das schon mal. Lehmziegel und Glas. Dafür brauche ich mehr Kohle. Okay. Okay. Ja, ich weiß, dass man andere Flügel bei der Feenkönigin bekommt. Und ja, man braucht halt andere Materialien dafür, ne? Aber halt die coolen Flügel sind eh wahrscheinlich erst irgendwie Endgame-Stuff. Von daher würde ich mir ja gar nicht so viel Mühe geben, die jetzt irgendwie zu finden. Ich meine, wir können zumindest kurz mal gucken, ob ich ansatzweise da irgendwo mit bei bin, da was zu kriegen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Genau. Es ist halt alles, was irgendwie cool ist, braucht halt so Stuff, den ich eigentlich noch nicht habe. Mal schauen, wo wir die blaue Blume finden. Zumindest das wäre halt ein Upgrade, ne? Ja, ich weiß, dass sich das lohnt. Aber es ist halt... Hier gibt es so viel zu tun, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Und gerade möchte ich so ein bisschen Land freischalten und schauen, dass ich irgendwie mit deren Häkchen Story weiterkomme, damit ich halt mehr Stuff einfach machen kann. Und dann kann ich anfangen, mich so um die generellen Sachen zu kümmern. Aber... Das können wir auch morgen machen. Daher Zeit fürs Schlafen gehen.